guten morgen noch vor fünf uhr in der früh ja manchmal wundert man sich wieso dieses sport machen immer so früh stattfindet aber es steht was cooles an das renn 300 ein mega geiles rad event und ja man braucht die zeit weil es wird ein langer tag im sattel ich werde erst heute abend wieder absteigen welche strecke ich fahre das seht ihr oben im titel es ist noch nicht ganz klar ich nehme an dass da irgendwas von 230 kilometern und 4.500 höhenmetern steht ich hätte die möglichkeit bei kilometer 209 zu entscheiden auf die 300 kilometer strecke abzubiegen vor zwei jahren habe ich die gemacht das video findet ihr auch in meinem kanal ich blende hier oben mal ein in der infokarte und bei mir stehen aber diverse sportliche sachen an aktuell weshalb ich mir sag wahrscheinlich lang heute 230 aber schauen wir mal wie es läuft jetzt erst mal ab nach chandra ich bin nicht weit entfernt und ja hier gibt es erst mal frühstück bevor es dann los geht um sechs wir haben noch knapp dreieinhalb minuten wir haben noch knapp dreieinhalb minuten und dann werden wir euch auf die strecke schicken und das sind die letzten zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins los geht's haben viel spaß alles alles gute viel erfolg und dann Untertitelung. BR 2018 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 Die zweite Verpflegungsstelle in Bischofsheim bei Kilometer 67 ungefähr. Ja, ich hätte sie fast verpasst. Die war beim letzten Mal noch an einer anderen Stelle. Das wäre fatal gewesen, wenn ich jetzt nichts zu essen gehabt hätte. Jetzt kommt wieder ein großer, schöner Anstieg zur Hochröhnenstraße. Einer meiner Liebsten in der Rhön. Und dann geht es runter und dann wieder rauf. Und so geht es heute weiter. Und ein Kilometer weiter und ich stelle fest, dass ich scheiße erzählt habe. Es geht gar nicht die Hochröhnenstraße rauf heute, sondern anscheinend auf den Hochröhnenring. Aber der Anstieg ist genauso schön, führt in eine ähnliche Richtung. Macht auch Spaß. Und dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht gerade durch Kalten Nordheim im Thüringer Teil der Rhön. Von den Kilometern her ist exakt Halbzeit, Höhenmeter habe ich schon 2650, von 4'4, wenn man den 230 treu bleibt. Die fiesesten Zacken sind auch geschafft im Normalfall. Wir sind über den Kreuzberg drüber, über die Wasserkuppe und jetzt geht es hier hinten noch ein bisschen wellig weiter. Und dann geht es erstmal gewächliche Planungen in Nordstadt und hinten. Aber so ein paar Wellen sind wir da drin auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte absolut nicht auf dem Schirm, wie groß dann die erste Welle nach meiner Ansprache ist. Jetzt sind schon 3015 Höhenmeter gefahren. Es ging an einem Stück nochmal gewaltig hoch. Aber das Gute ist, jetzt sind es ja keine 1400 mehr. Wir sind jetzt auf der Hochrenstraße nach nochmal einigen Höhenmetern, 3400 sind jetzt da gefahren. Und ja, jetzt soll es aber erst nochmal rasant bergab gehen. Und dann endlich mal wieder eine Verpflegung kommen, nach dem ganzen Aufstieg und höchste Zeit bei dem Wetter. Ja, keine Ahnung, ob ich es cool finde oder saumäßig fies, was die sich dort einfallen lassen haben. Auf jeden Fall hat es nochmal geraubt, der Anstieg jetzt. Ja, keine Ahnung, ob ich es cool finde. Und 4100 Höhenmeter sind voll auf 202,5 Kilometer. Ich muss sagen, es macht Bock. Jetzt kommt gleich die letzte Verpflegungsstation und gleichzeitig der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Aber meine Entscheidung ist gefallen. Ich bin heute vernünftig. Ich fahre dann Richtung Schondra, Ausgangspunkt, mache jetzt um 30er Strecke. Morgen geht es in die Sauna oder so. Und übermorgen wieder ins Lauftraining. Das könnte ich anders wahrscheinlich nicht. Und ja, Lauftraining steht was an. Ich hatte es glaube ich am Anfang vom Video gesagt. Und dementsprechend hat das etwas Priorität gerade. Da ist die Streckenteilung. Das ist halt echt ein schwieriger Moment jetzt nochmal. Aber was willst du machen? Ein Plan ist ein Plan. Das 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 ist ein Plan von L'Oreal Neuland. Das ist ein Plan von Laufraining. Das ist ein Plan von Laufraining. Was Gutes hat es eh, weil ich dann am Montag wahrscheinlich gleich ins Lauftraining gehen kann, wie geplant. Und ja, wir sind am Ende vom Video und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.